let's play clash of clans mit mir im torsen und ihr habt im bildchen gesehen liga 10 ist jetzt endlich beendet und ich weiß nicht ob das wie das auf euch immer klingt oder wirkt also für mich ist dann immer liga ende so ein bisschen endlich ist das zeug vorbei muss ich sagen denn ich kämpfe natürlich auch mit einigen chassis in den verschiedenen klaren in den klaren sind in verschiedenen liegen und hier beim klaren spätze mit so ist es uns nicht gelungen noch aufzusteigen das habe ich dann auch im live stream mitbekommen aber 445 medals habe ich bekommen das ist das ist in ordnung und die gruppe sah aber er eigentlich also gerade die ersten vier jetzt und auch phoenix spirit noch ganz ganz dicht uns auf den fersen mit 2 39 dann der sechste bronx city und der klaren den dessen ich nicht lesen kann so ein kleines bisschen abgeschlagen aber auch gar nicht mal so so weit weg und wir konnten es aber leider nicht kompensieren vor allen dingen nicht den ein drei sterner oder die zwei drei sterne glaube ich ich habe ja drei kassiert hier und ich meine es hat noch jemand drei kassiert aber der abt hat hier gedefft und trotzdem haben dann zwei dreier gereicht wir haben hier nicht eine einzige base von oder gegen den klaren townhall force noch dreiern können ist natürlich ein bisschen schade aber ich glaube das ist jetzt nicht ganz so schlimm ich meine man ärgert sich man rechnet immer wie schlägt sich der gegner wie schlagen sich die anderen partien und so weiter aber erst mal bin ich ganz froh dass das hier auch vor vorbeigegangen ist und könnt ihr mir gerne mal unten in die kommentare schreiben was ihr immer so ein gefühl habt freut ihr auf die nächste liga oder sagte er auch ich will diese liga gar nicht besser wir nehmen nicht daran teil ich meine die liga sind wir ehrlich ist für rathaus 12 eigentlich gedacht denke ich mal denn alles andere ist ein bisschen schmuck am nachthemd es hat kein matchmaking erstes nur liga making dadurch kommt es zu ganz ganz komischen konstellationen von begegnungen und und gruppen wo du dich entweder freust oder dich entweder ärgerst ich meine ich kann die man kann die leute immer ärgern wenn ich jetzt im klaren deutschland leider sind wir dort abgestiegen im nächsten in der nächsten cwl sage kommen wir nehmen mal nur zwölfer mit hin nach gold 2 dann sieht das für den gegner auch scheiße aus und für uns dann eher langweilig würde würde ich mal so sagen deswegen ist das immer also ich sehe das ganze so ein bisschen ja man kann seine medaillen machen gerade wo die 30er klankriege dann auch eingeführt wurden bis champ kannst du sie ja spielen das heißt also auch in meister 1 kannst du immer noch 30er klankriege spielen ist natürlich nicht schlecht sicherlich auch sehr sehr interessant wie das dann ausgeglichen ist weiß ich nicht im hintergrund läuft läuft so ein bisschen aus der letzten aus der letzten liga beziehungsweise ich glaube es ist mit einer auch der letzten kämpfe die wir hier gemacht haben und aber ich glaube wir haben uns eigentlich haben uns ganz gut verkauft so so will ich mal sagen fünf leute von uns nehmen jetzt auch am esl qualifier teil das heißt also irgendwann gehen jetzt glaube ich die die ja diese vorphasen los wo man wo man erst mal so kämpft und wenn man sich dann beworben hat und fünf leute von uns nehmen auch daran teil das heißt die spätsel wir haben jetzt schon so ein bisschen darüber gewitzelt spätsel auf den auf den weg nach kartowitz aber es ist ja alles nicht weit weg wir haben auch gute gute kämpfer hier dabei und gute gute analysten gute planer und deswegen ist es gar nicht mal so weit weg wenn die man richtig guten tag haben dann hauen die hier auch ein dreier nach dem nächsten raus muss man ja so sagen viele üben hier auch in der legenden liga da hast du immer in der regel recht starke bases manchmal natürlich auch oftmals die gleichen bases und nicht immer unterschiedliche aber so kannst du natürlich schon so ein bisschen mehr bisschen mehr oben der heil war jetzt schade auch doch der heil hat doch noch einiges an meiner hier mitgenommen und so kannst du dann natürlich schon ein bisschen effektiver angreifen muss eigentlich auch mal eine ganz nette armee dabei haben und von daher glaube ich mal ist das noch ist das gar nicht mal so unschancenlos was wir da an tag legen können ich bin wirklich mal gespannt und vielleicht kann ich da auch von was bringen weiß ich doch gar nicht ich habe auch keine ahnung wann die ihren spieltag da haben jetzt den ersten und only only rathaus 12 5 gegen 5 ein angriff und da muss das ganze ding im sack sein naja da klopft und noch der eine meiner aber solange solange die liga jetzt noch nicht ganz weg ist kommt das immer wieder denn wir starten heute abend erst unseren nächsten ck ich bin auch mal ganz froh dass ich das mal festhalten kann ich mache mal ganz ganz schnell so ein paar screenshots von ober ist das von so ein paar von so ein paar sachen bevor sie denn weg sind so kann man die ergebnisse noch mal sehen und ja nächste saison also wieder champ 2 ich hoffe ich kann wieder mit dabei sein auch meine wenigkeit hier hier sehen wir auch noch mal die gruppe meine wenigkeit hat hat eigentlich auch ganz gut ich habe einen einsterne auch hingelegt in der saison hier und habe aber glaube ich ja elf marken beziehungsweise nicht elf marken elf sterne gemacht das ist für mich in ordnung das ist halt schnitt zwei sterne drei sterne gelingen mir eher selten da muss ich viel viel mehr üben und ich bin sondern ich bin so ein ich bin so ein dreckiger über also ich bin so ein so ein fauler über vor allen dingen mit dem rathaus 12 aber wir springen gleich auch mal noch mal oder wir springen gleich auch mal zu den herausforderern da sah das ein bisschen anders aus also auch hier mit 1234 niederlagen ist nicht ganz so schlimm immerhin vierter geworden ich fand es jetzt in ordnung ich weiß nicht wie ihr eure platzierung fandet also wie gesagt haut es mir ruhig in die kommis rein in die kommentare ist die liga eher ein fluch oder ist die liga eher ein segen freut ihr euch drauf könnt ihr sie weglassen könnt ihr euch vorstellen die doch nicht mehr zu spielen aber ich meine die marken nimmt man ja auch gerne mit ich habe jetzt auch ich habe ein bisschen ausgegeben denn ich habe mir ja von vor gut einer woche hier die ganzen hämmer reingeballert bzw vor vier tagen und die habe ich schon mal im sack für rathaus was dann irgendwann mal kommt und habe jetzt auch schon wieder 1003 es kommen ja noch wieder neue liegen und ja ich bin echt mal gespannt aber die zehnte ist jetzt erstmal um dann machen wir kurz einen sprung zu den herausforderern denn hier hatte die liga so ein bisschen so einen ganz kleinen bitteren nachgeschmack so will ich das mal benennen und ich wenn ihr euch erinnern könnt als wir die liga hier angefangen haben die zehnte vor gut einer woche da habe ich mal wieder den teufel schwarz an die wand gemalt und 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 aber war alles gar nicht notwendig denn wir sind hier leider aufgestiegen ich habe ich habe auch geschrieben glückwunschleute leider aufgestiegen ck suche vielleicht heute abend das vg ist mal wieder eine autokorrektur röde grün stellen wer mit möchte liebe böse thorsten also wir sind hier tatsächlich aufgestiegen auch das glaube ich konntet ihr beobachten wir sind jetzt in kristallin 1 also wir steigen dann auch wieder ab der mit rathaus so vielen rathaus 9 an in kristall liegt 1 das werden wir nicht überleben das ist einfach mal so und ist also dass das wird hier immer so ein auf und ab sein wir haben jetzt auch immer schwere begegnungen gehabt also unsere neuner mussten fast immer hit up und unsere zehn hat teilweise auch unsere elfer mussten zwölfer machen und 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 das habt ihr so ein bisschen beobachten können in den livestreams und auch in den in den folgen die ich gemacht habe aber wir sind hier tatsächlich zweiter geworden haben uns noch mal ein bisschen abgesetzt jetzt vom vom dritten durch die zehn die war im letzten spieltag noch gewonnen haben wir waren ja noch nicht ganz durch im livestream und auch hier glaube ich habe ich mit meinen accounts ganz ja ich habe noch ganz gut sterne geholt 17 der alex der avatar 15 und chefkoch hat auch 15 sterne gemacht ist also alles im rahmen dessen und ich glaube auch hier unten ich gucke mal wer keine acht geschafft hat templar ja musste auch gegen zwölf immer ran slenderman war ein nicht dabei oder zwei marlboro war ganz raus nach dem ersten order hatte ich nun mal so mitgenommen eric habe ich rausgekickt uschi und erdnuss machen nicht mit also waren mal wieder knappe 30 hier und aber schön gemacht hier gegen den klaren sahabat sahabat seati die haben auch nicht so wirklich effektiv angegriffen ihr habt das glaube ich auch schon gesehen den einstellen auf mich habe ich auch glaube ich gezeigt und wir haben den dann doch noch mal so ein bisschen glaube ich dominiert wir haben auch glaube ich alle angegriffen soweit ich weiß ja wir hatten alle angriffe durch und die ganz ganz späten die konnte ich euch dann ja nicht mehr zeigen die dann schon vor allen dingen nach dem stream lagen das waren die hier noch von von slenderman an dem ein habt ihr ja noch gesehen glaube ich den von slenderman haben wir nicht mehr gesehen aber könig von nix hier die annette hat ganz ganz spät angegriffen das war auch schon wirklich grenzwertig annette aber danach ist dann auch ins bett gegangen und ich bin ich muss das ein bisschen belächeln aber es war ja wochenende die streams waren am wochenende und ich war auch ultra lange auf habe auch noch bei den spätzes hermann angriff machen müssen habe das ganze hier damit mit beobachtet und cool gemacht hier auf den rathaus zwölfer hier sie hat dann auch geschrieben leider drei ja das hat uns da noch mal so ein bisschen sondern noch noch mal so eine kleine ecke weggegeben drei sterne hier und natürlich dann der sieg mit nach stern vor allen dingen und die zehn die es dann ja noch oben drauf gab also es war schon war schon eine coole sache aber mit den vielen neunern hier werden wir das ding hier nächste in der nächsten saison einfach nicht machen können so ist das ich muss mir was überlegen entweder beißen wir in sauren und sagen na komm egal toto dann steigen wir halt wieder absteigen wieder auf ist immer so ein ping pong spiel dann wir nehmen immer weit über 200 marken hier mit das ist auch in ordnung und dann kann das hier so weitergehen der klart wird jetzt ganz ganz leicht befüllt mal gucken ob man nicht in 20 oder 30 auch hier spielen können wir sind ja immer dass das ist auch mal das ist auch mal das komische in diesem clan hier während das wenn wir keine liga haben und so ganz normal spielbetrieb haben dann werden wir mal recht voll ja und so zur liga hin werden wir plötzlich wieder weniger und tummeln uns dann so um 30 dass ich kaum tauschen konnte habt ihr ja gesehen konnte konnte so gut wie nichts mehr eintauschen hier und naja ich bin wirklich gespannt wie es hier so ein bisschen mit dem mit dem community clan weitergeht wir sind hart auf level 11 gegen ganz ganz hart auf level 11 aber auch das war eine frage im stream übrigens warum wie seid ihr so schnell 10 geworden das ist also man kann das schon schon machen indem man immer so um die 30er klarkriege spielt mit den klaren spielen mit den mit der klaren wohl lieber hier wo es ja auch punkte gibt kann man kann man glaube ich wenn man das effektiv macht und effektiv sieht das schon relativ schnell erreichen muss ich sagen ich sehe ich habe auch ich kenne auch clans die wollen da wohl wesentlich länger für aber ich meine wenn wenn die dann auch immer fünf oder zehn klarkriege spielen da kommen dann auch nicht ganz so viele punkte warum schaffen die klarspiele vielleicht nicht da entgegen dann auch so ein paar punkte da muss man dann halt auch so ein bisschen man muss ein bisschen geduldig sein wenn man so klaren hat und auch das sind immer wieder eine frage ist man eine frage hast einen guten tipp für gut klar ja geduld haben man muss echt geduld haben und da kommen dann kommen die festen stammleute auf die euch verlassen könnt dieser die sollen euch wichtiger sein als die drei sterne aspiranten hier habe lieber ein paar leute im klaren die wirklich stabil sind die immer dabei sind die bisschen spenden bisschen bisschen chatten ein bisschen bisschen was an tag legen als 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 die drei sterne holen und dann wieder abhauen also so hopper clan hopper oder klaren jumper wie man so auch immer nennt das ist das ist viel viel wichtiger das könnt ihr mir glauben und ich glaube so ein so ein clan ist das hier geworden wir sind hier jetzt nicht die pros wir sind aber auch jetzt nicht so die ganz von die von ganz ganz weit weg nicht so super toll sind aber wir sind hier glaube ich und wir sind ganz stabil dabei würde ich mal so sagen ich hatte ja meinen auch noch gemacht der kam glaube ich noch aus dem live stream ganz ganz am ende hier auf die nummer sieben haben wir zusammen geplant finde ich eigentlich auch immer ganz nett wenn wir das so machen im live stream zumindest bis rathaus zwölf das war irgendwas zusammen plan ihr habt ja auch mal gute tipps auf lager bin ich auch mal dankbar für und oftmals klappt das hier wie war wie man sich das vorstellt hier auf den rathaus zwölf der auch ein fünfer rathaus sie in der mitte hat und auch immerhin dreier adler der rest der base ist jetzt nicht so gut und eigentlich schön dicht aneinander für meine für meine elektro drachen hier und ihr seht das viele beschuss gibt es da noch nicht mein king sollte eigentlich außen lang gehen der sollte gar nicht so weiter in der mitte latschen naja egal wenn das schon mal dabei ist dann lassen wir ihn natürlich auch und halten ihn nicht auf und dann habe ich hier glaube ich ganz ganz gut gefangelt die ganze meute konnte jetzt in der mitte gehen so ein bisschen wurde ich dann allerdings von der clan druck gestört zwei drachen da drin und ich habe natürlich eine ganze menge loons sie können sich jetzt nicht gegen drachen wehren da musste ich die kurz mal zweimal glaube ich habe ich die einfach weggefreezt und habe aber noch reichlich drachen in der mitte und ich glaube mein worten habe hatte ich den bisschen bisschen zu früh gezündet ich muss mal gerade checken denn da habe ich den worten gezündet okay da ist noch mal die tornado falle und da sind mir doch leider alle loons sind doch alle loons bei draufgegangen naja gut war glaube ich nicht ganz so schlimm da waren schon über 50 prozent dann habe ich noch einen fris hier gehabt den ein bisschen spät rausgehauen habe ich nicht gesehen dass die luftabwehr noch gar nicht geschossen hat sondern hätte ich dann eher auf dem bogenschützenturm machen sollen aber ich glaube das war das war ganz rund hier ich bin in jedem fall gespannt wie es hier weitergeht und ja mal schauen ich will mal jetzt in die klarkriegs in die normale klarkriegssuche sehen wer das also auch noch nie gesehen hat so sieht das aus so kannst du die leute reinnehmen rausnehmen je nachdem die die rot sind sind rot die bauen ihre helden aus oder was auch immer und eigentlich nehme ich keine neuen mit aber ich glaube wir vertrauen einfach mal den neuen den neuen leuten hier master macht ein bisschen helden neidlich ist dabei alex ist ein new ok der hat hatte sich glaube ich nur woanders eine karre geholt slenderman max fabi ist erstmal nicht dabei okay mal brauche auch nicht der macht auch noch helden naja so können wir eigentlich starten aber wir sind nur 18 18 leute natürlich ein bisschen das ist natürlich ein bisschen wenig ich habe gedacht wenn hier leute reinkommen dann muss ich auch den toto mitnehmen da muss ich natürlich jetzt mal so einen kleinen tod gerade mal wieder sterben 15er klarkrieg passt man eigentlich gar nicht muss ich mal muss ich so sagen denn aber es ist eine urlaubszeit aber was was willst du machen ich kann jetzt hier oben kein mitnehmen und ich muss hier unten einfach welche weglassen meistens lasse ich dann einfach meine leute weg so dass so dass die gäste hier so will ich das mal sagen hier ihre sterne bekommen chef koch ist raus das war klar dann nehme ich den alex auch aus hier dann bin ich jetzt halt nur mit dem avatar dabei oder gönne ich mir mal so eine ganze ruhe pause woche für mich gönne ich gönne ich mir so eine ganze pause was weiter wir nehmen den aus ich könnte keine pause mit mit dem elfer muss ich muss immer ein bisschen was was machen dann stauern 15 stauern 15 passt mir also es passt mir wirklich nicht guck jetzt mal wo ich aufgehangen bin mit avatar bin ich auch okay bin ich nur fünfter wir haben oben ein zwölfer templar ist auch ein zwölfer aber noch so ein bisschen ist eigentlich ein max 11 mit zwölfer rathaus weil er noch nicht so viel gebaut hat ist halt ganz frisch zwölf sechs bissel ist dabei slanderman annette könig von nix hellfire night clash hier unten haben wir dann 1 2 3 9er beziehungsweise night clash 2 0 habe ich hier mitgenommen ohne das geht nicht das geht nicht da muss ich noch mal anhalten das muss ich noch mal anhalten night clash 2 0 nehme ich nicht mit denn night clash 2 0 ist ein achter dem auf wieso ist eigentlich hier drin der wollte ja nicht kicken toto wäre auch dabei ach leute ihr macht es mir auch manchmal ihr macht es mir auch manchmal nicht ganz ganz einfach na komm dann machen wir das doch so machen wir das doch so und dann muss hier unten halt der achter der achter versorgt uns hier den schnitt das kann ich sagen ich glaube den kann ich den nehme ich nicht mit den nämlich mit den klaren krieg oder ach komm wir nehmen wir mal mit wir nehmen wir mal mit der versorgt mir den klaren krieg hier dass das weiß ich da kriegen wir mismatch nur aufgrund dieses 1 8er oder wir kriegen halt zwar unten zwei 7er was ich nicht was ich nicht wirklich glaube dann machen wir das doch so nachkommen ist egal ist egal machen wir doch so ja also normaler klaren betrieb hier das war jetzt mal so ein bisschen am rande wie wir auch hier immer so ein bisschen am überlegen sind und ich hoffe die liga hat euch gefallen die zehnte liga ist um wir gehen jetzt hart auf die auf die elfte liga zu und irgendwann gibt es ja dann sicherlich auch so eine geburtstagsliga zwölfte liga ein jahr liga hier in zwei monaten ich bin wirklich wirklich mal gespannt auch auch wenn ich immer ein ungutes gefühl habe hier während der liga kriege ich auch da kriege ich auch mal so richtig schlechte laune und bin dann auch ein bisschen ungenießbar dann halte ich mich aber aus clash of clans einfach raus aber in dieser woche halte ich mich nicht aus clash of clans raus ihr werdet noch einiges sehen ich würde sagen wenn euch die folge gefallen hat lasst mir am ende einen daumen nach oben da abonnieren nicht vergessen abonnieren nicht vergessen blocke stellen damit ihr kein video mehr verpasst und dann sehen wir uns in dieser woche bis dahin euer toto clasht